Willkommen zurück zu Watch Dogs 2. Wir machen weiter. Ich wollte eigentlich jetzt was anderes spielen, aber ich denke so, komm, wir machen jetzt erstmal hier das. Darf der uns erwischen, der Typ hier. Oh, cool. Das ist krass, Mann. Ich soll wohl die Personalabteilung, wenn ich das aktiviere. Ich gehe jetzt mal hoch. Hier, guck mal. Hallo? Nein, der Wert ist jetzt da. Alles klar, hier müssen wir wahrscheinlich schreien, ne? Guten Tag. Ja, wie geht's? Okay, hier müssen wir wahrscheinlich schreien, aber hier, sagt er. Mach's mal gerade. Und dann müssen wir mal raus. Wir müssen raus, ne? Oder? Guck mal gerade. Ne, in dem Gebäude drin, ne? Ich bin hier. Ah, auf dem anderen, auf dem anderen Side. Auf der anderen, also, other side. Ach, Mann, ich könnte gerne, ich würde echt so gerne die Musik hören, ehrlich. Geht das auch hier über so eine Brücke vielleicht oder so? Die fasst so aus, wa? Ich gehe mal gerade hier rum. Entschuldigung. Hey, hallo, ich... Hey, Sie sind der Busfahrer, oder? Ja, Herr, absolut. Busfahrer hängen normalerweise nicht im Fun-Office rum. Ist jetzt nicht verboten, nur seltsam. Verstehe, weil ich der Busfahrer bin, oder? Verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe kein Problem mit Busfahrern. Aber müssen Sie sich nicht um Busfahrer-Dinge kümmern? Ja, das mache ich doch gerade. Das mache ich doch gerade. Da muss ich hin. Guck mal, da muss ich hin. Da ist ein Übergang. Da ist ein Übergang. Wie kommen denn in die Übergang? Sind die eigentlich verbunden? Ah, guck mal. Hier sind Schlüssel abgebildet. Hier sind Schlüssel abgebildet. Moment mal. Wir gehen erst mal zum Schlüssel. Hier sind Schlüssel abgebildet. Gehen wir erst mal zum Schlüssel. Ach so. Okay. Also, es bedeutet, wir kommen gar nicht erst da runter. Also, da hin. Wir müssen also aus dem Teil doch raus. Okay. Ich habe gedacht, ich könnte noch was erreichen. Gestatten Sie, dass ich Sie scanne? Ihre Daten werden vertraulich behandelt. Ohohohoho. Darf ich Sie scannen? Ihre Daten werden vertraulich behandelt. Wovon träumt der nachts? Wir gucken, dass wir jetzt erst mal hier durchkommen. So, jetzt sind wir gleich da, wo wir hin müssen. Aber es steht noch weiter oben, ne? Wir müssen aufs Dach wahrscheinlich. Wir müssen aufs Dach. Ich versuche mal was. Weil auf... Ich gucke mal gerade. Ach nee, wir kommen gar nicht aufs Dach. Okay, wahrscheinlich, ja. Ich gehe mal gerade mal hier runter. Wir gehen mal gerade hier runter. Überall sind die Türen zu. Das ist natürlich blöd. Ich brauche diese... Shit! Was ist denn? Tja, mein hübsches Gesicht bringt mich hier nicht weiter. Schockierend. Dann brauchst du eine höherrangige Zugangs-ID. Oder musst du anders reinkommen. Ja, genau. Nur wo? Ich könnte mal versuchen. Wo ist denn eigentlich so dieses... Ich gehe nochmal hier rein. Hier vielleicht. Malerweise haben die keinen Computer oder Server oder sowas. Ne, hier ist nix, ne? Im Eingangsbereich konnten wir mal rein. Ich gehe nochmal gerade hoch. Das ist das andere Teil, ne? Ich gehe nochmal auf die Seite. Oh Mensch, ich... Ich werde schon was finden. Ich werde schon was finden. Ich gucke uns jetzt erstmal hier mal gerade um. Gehen wir mal hier runter. Ah, guck mal da. Alles klar. Und wir gehen nochmal runter. Eigentlich noch ein Eingangsbereich. Wo was kriegt. Wo was kriegt. Ich bräuchte so einen Computer oder sowas, ne? In der Art, oder? Aber warum? Ah. Da ist der Schlüssel drin. Auf jeden Fall ist da der Schlüssel drin. Momentchen mal. Also, wir müssen da nochmal hoch. Da ist der Schlüssel drin. Oben. Ich gucke mal gerade, ob ich nicht doch hier was managen kann. Kamera kann man nur ein bisschen bewegen. Aber hier ist noch eine Kamera. Hier ist noch eine Kamera. Auf jeden Fall. Ich gucke mal gerade. ach wo menschen mal und menschen moment schon menschen ich habe die idee ich hab ne idee warte mal ich stand ja hier ach ich muss da oben hin ne moment moment ich habe ne idee ob das klappt das werden wir jetzt sehen das klappt nicht da ist ne rutsche ne ne rutsche da ist müsste man ja auch da oben hinkommen menschen gehen jetzt mal hier rein hier rein und jetzt gehen wir hier hoch und dann bin ich noch mal raus geht hier irgendwo raus hier kommen wir nicht hin okay das ist ja in die verdammte rutsche ich will mal was gucken wenn ich das mag oh menschen moment schon menschen wo ist denn hier ist ne kamera ne was war das zentrale wir haben einen anonymen tipp zu ermöglichen verdächtigen bitte melden die tür ist auf die tür ist auf so ein shit die tür ist auf der typ ist da geh mal weg jung geh weg was ist denn los ich muss mal ausschalten entschuldigung verschwinde lieber wer bist du okay ich bin jetzt miss laura kim wie komme ich in noodle maps wenn du ihre id hast müsstest du einfach reingehen können okay gucken wir mal ob das geht alles klar okay leute ohne scheiß der hacker space braucht eine rutsche bisschen schwierig eine rutsche auf einem stockwerk arbeiten wir dran vertikale expansion die security von noodle maps ist glas drauf also vorsicht hey du redest hier schließlich mit laura kim oh man ach so warte mal ja gut schätze ist weg lasst uns schluss machen aufzüge ratio fahren die zum server raum aber nicht für dich gesichts erkennung und zwar gute geh stattdessen in den wartungsbereich weißt schon wie geplant okay okay weißt du hier ist ein gewartungsbereich ehrlich das ist der wartungsbereich aber der ist zu ne oh scheiße scheiße ihr einsatzleitung bei uns wurde zugetragen dass in ihrer unmittelbaren nähe ein verbrecher sein soll shit der ist auf jeden fall zu aber das ist der wartungsbereich also eins was man machen könnte wäre ja hier das ne okay alles klar ne ich sollte jetzt nur mal wissen kamera stopp kamera 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 noch ne kamera alles klar was haben wir hier ging es hoch schwindel die kamera hier ist doch nichts oder oder wir machen was anders wir machen was anders wir gehen noch mal grad woanders gucken hier geht es nicht in den wartungsbereich ich geh mal grad hier hier geht man auch hier kommen auch nicht hoch ok jetzt haben wir das ding schon mal auf dann machen wir dann machen wir das dann machen wir das dann machen wir G HÄH das ist ne wa- äh das hier wollte ich eigentlich machen Scheiße komm wenn ich manchmal ne wieder runter wieder runter wieder weg komm Weg, 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 wieder raus, wieder raus, wieder raus, wieder raus, wieder raus. Da war gar nichts, da war gar nichts. Da war gar nichts. Jetzt müssen wir gerade gucken. Gesucht werden wir auf jeden Fall nicht. Ja, es ist eine Leiter, aber mehr ist auch nicht. Kommen Sie raus! Bereicht gesichert, drücken vor. Ich würde sagen, lasst uns da mal hochgehen. Aufgeben! Wir gehen da hoch, wir gehen da hoch, die Treppe müssen wir hoch. Wir haben ihn verloren, wir gehen auf dem SFPD. Das Problem an der Sache ist, haben wir da irgendwelche Leute... Schon wieder so eine Kamera, scheiße. Okay. Moment mal, wer macht das? Sind wir wieder raus? Ja, wir sind wieder raus. Okay, okay, okay. So, jetzt kommen wir natürlich in der Lichter rein. Ach da, in dem Raum drin hier. Im Ernst, Bro, lass dir Zeit. Kein Druck. Reif dich zusammen, Ratio. Ich bin fast beim Aufzugsschacht. Okay. Dann wollen wir mal die Tür öffnen. Okay, sag mir, dass das keine Schüsse waren und dass sie nicht von dir kamen. B. So immer mein Joystick. Vollposten. Fuck. Ah, das... Komm, wir sind schon direkt hacken. Ach so, da ist so ein Ding drin, ne? Hallo, ich will dich nicht wegkicken. Problem an der Sache ist... Wart mal gerade... Haben wir den jetzt... Ach nee, das Ding war da hinten in der Ecke, ne? Ah, das Ding war da hinten in der Ecke. Ah, 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 ah. Das Problem deutet... Ich würde sagen, lass mal mal Liebe machen. Und das war Liebe, weil... Und das war Liebe, weil... Schadsoftware entdeckt. Leite Quarantäne ein. Systeme gefährdet. Setze auf Werkseinstellungen zurück. Lass mal reinfahren. Meine Systeme laufen optimal. Wie lange noch? Das ist die Frage. Liebes-Bot-Sequenz gestartet. Eine Sexmaschine. Ich werde dich so fest knallen. Eine Sexmaschine. Jemand muss auf echtes Anleihen. Ich habe genug Zeit. Komm raus! 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 Schicken Position einer 1033 Anweisungen folgen. Nein, 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 nein. Du bleibst genau hier. Bleibst genau hier. Du bleibst genau hier. Kommen Sie raus! Geben Sie auf! Gesichert! Brücke vor! Die Zukunft zu kreieren und zu integrieren, darum geht es bei Nudl. Wir verwalten Veränderungen nicht, wir sind Veränderungen auf Makro-, Mikro- und Molekulerebene. Unsere Kunden, unsere Nutzer sind für uns nicht nur Datensätze, sondern wichtige Ressourcen. Verbraucherbeteiligung ist nicht nur ein Markt, sondern steht für das, was wir sind. Wir alle, Entwickler, Designer und Nutzer, dienen demselben Zweck und teilen dasselbe Ziel. Ausschwärm! Kennedy! Ich bin eine echte Herausforderung! Gehen Sie vor! Geh aus der Deckung raus! Geh aus der Deckung raus! Das ist echt manchmal nicht wahr. Oh, Entschuldigung. Mach mal rein. Das ist sperrgebiert. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die Spur ist kalt. Wir melden uns beim Sargent. Ich hab gedacht, ich könnte hier rein irgendwo, aber das war nix. Das heißt, mit X, das war wohl nix. Können wir hier irgendwas machen? Kamera, 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 Kamera. Okay. Wir müssen hier wieder raus, sorry. Wir müssen wieder raus. Das ist hier. Wir machen hier wieder so. Wir machen so. Und dann machen wir G. Oh. Wir müssen warten. Scheiße! Man muss halt die Tür aufmachen. Miesig blöd. Dann werden wir die Treppe runterstürmen, ne? Okay. Tür mal auf. Nochmal das. Und... Nee, kann man noch nicht. Die Tür mal auf. Hä? Hallo? Was ist denn das los? Basis an Leitstände. Achtung! Mögliche Ziele in Ihrer Nähe. Scheiße. Ich hoffe, der sieht mich hier nicht in der Ecke. Scheiße. 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 Geh mal hier runter. учe Site an Agul. Ich werde den Er!". Geh mal hier raus. Ich werde den Gerber angeldet. Das war's für heute. Gucken wir mal, ob wir hier warten können. Nichts passiert. Sie sehen mich, warum auch immer. Ich sitze jetzt mal hier in die Ecke. Vielleicht ist das besser. Boah, wo ist denn das Arschloch? Bitte Bestätigung. Ah, okay. Nein, nein, komm. Nicht hier rein. Ach ja, ach ja, wie kann es auch anders sein? Scheiße. Schade, schade, schade. Ich habe gedacht, ich hätte das noch gepackt. Ah, ha, 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 ha. Okay. Okay, ich bin eben im der Aufzugs... Okay, wir können da... Hä? Ich wollte gerade sagen. Pass auf. Walking. Jetzt sagen wir mal nochmal M. Geht nicht. Alles klar, also Wir gehen jetzt nochmal hier raus Warte, guck mal Das ist oben, ne? Jetzt gehen wir hier raus Jetzt gehen wir erstmal hier raus So, das war jetzt nichts Hier draußen ist nichts Das bedeutet, wie hier Ja, das ist irgendwie So eine Kacke, ich hab keine Ahnung Hier, mach mal die Türe auf Was ist das? Und den Typen, weißt du Okay, ich würd sagen Lass uns mal die Bullen rufen Zentrale, wir haben einen anonymen Tipp Zu allen möglichen Verdächtigen, bitte melden Der ist nur der einzigste, ne? Vielleicht kommt er da Nee, runter kommt er nicht, ne? Sind wir denn jetzt eigentlich hier reingekommen? Jetzt wird mal Jetzt wird mal ganz Mal Butter bei der Fische Wie sollen wir denn hier Wie sind wir denn hier reingekommen? Keine Bewegung Ach, hier Ist das hier die Treppe? Okay, dann sind wir hier reingekommen, ne? Nee Auch nicht, komm raus hier Raus hier Hä, wieso sind wir denn hier reingekommen? Ach, die kommen mal ganz rein Ach, scheiße Komm rein da Er ist getroffen! Was ist das? Steht aber Ich bin mal grad überfragt, wo ich jetzt war Aber hier geht ne Treppe hoch Oh, Momentchen, die treten eine Treppe hoch Wie war das? War hier gar nicht Ah, ah, ah Mal witz, lass nach Du bist umzingelt Und scheiße Bin grad ein bisschen überfragt Momentchen, ich bin grad ein bisschen überfragt Und scheiße Hier, hier war das Aber wir haben keine Sicherheit mehr, ne? Das ist kein Gebiet mehr, oder? Ach ne, das ging ja nach unten Macht man nicht Dann kommen wir hier raus Hm Oh, Mensch, nach oben Okay, ja gut Dann Gehen wir hier raus Haben wir sie denn jetzt erschossen? Anscheinend, oder? Ne, ist noch einer Der haben sie immer noch nicht Das ist aber blöd jetzt Irgendwie ist das blöd Nur Menschen Nähert euch immer ein Dämmel Jetzt wird die Sache persönlich Komm, 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 komm Mach ich so lange, ich bin glatt Schieß dir, Mann Ist doch nur, schieß Scheiße, Homie, auf den Boden mit dir Wurde verstärken gerufen, ja Ach, ihr seid doch bekloppt, ey Ehrlich Den kriegst du nicht kaputt, oder was? Hallöchen Den find ich gar nicht kaputt Mein Problem ist, ich muss nach unten Ich weiß aber nicht mehr wo genau Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich jetzt da oben bin Lauf zickzack, Mann Mach mal Wir sind so viele, geben sie auf Äh, sag mal in 10 Minuten, ja Ich dachte, ihr könnt mal was machen Ist ja gar nichts, ey Was ist das denn hier? Ach, die Schande, ehrlich Ey, wie bin ich denn da hochgekommen? Das ist nur noch schlimmer Moment, hier haben wir eine Treppe, oder? Ich gehe vor Wow, tut mir leid Sind sie okay? Wass auf, ich muss mal grad gucken Gehen wir mal durch Und dann springen wir hier mal runter, glaube ich, ne? Hey, was ist das? Sperrgebiet Oh nein Da ist ein Andringling Neutralisiere sie Ich habe mich vertan Jetzt weiß ich, wo ich hin muss Sorry für die, äh, für die, für die Kacke jetzt Ähm, ich warte jetzt voll durcheinander Aber okay, wir müssen mal, also jetzt müssen wir hierher So, wir müssen hierher Jetzt müssen wir hierher Mach mal das Ding mal auf So, gehen wir hier entlang So, jetzt gehen wir hier entlang Hier entlang, hier entlang Ein Typ steht da zwar drin Da steht ein Typ drin, ne? Ne, unten steht ein Typ drin Der steht nicht mehr da, der steht nicht mehr da Okay, dann machen wir hier Und scheiße ist es Scheiße Warte mal nach, komm Mach mal Karte Mach mal Karte Mach mal Karte aus Noch Entschuldigung Uh Was ist einer der Der wartet Scheiße Lass ich mal grad rein Komm, geh rein Geh rein, geh rein, geh rein Geh rein, komm Geh rein, geh rein, geh rein Scheiße Scheiße ist Scheiße ist Weißt du das? Ich mach das immer falsch Also ich werde Jetzt flieh ich gerade Jetzt kommt der rein Kommt der rein Soll ja immer grad fliehen Jetzt ist es immer geflogen gleich Vorsicht, vorsicht, vorsicht Ich hoffe Dass ich jetzt die Scheiße aufkriege Äh Äh Scheiße aufkriegen Abmarsch Draußen Okay Draußen Wir sind auf jeden Fall draußen Schau mal Wir müssen weiter runter Wir müssen weiter runter Augen auf Officer verletzt Wir müssen auf jeden Fall weiter runter Das war Was ist das? Ich kann mich nicht lügen Ja, ne? Hier geht die Treppe schon mal runter Was ist denn los? Ne, Treppe hoch Ich mach Treppe runter Treppe runter, ehrlich Geht's denn hier runter? Achso Okay, warte mal Das geht jetzt Da geht's nicht weiter Da geht's nicht weiter Hier ist aber noch ein Raum hinter Wo ist denn da noch ein Raum? Was ist denn hier ein Raum hinter? Hä, wo ist denn hier ein Raum hinter? Also hier ist auf jeden Fall Ne Treppe Aber kommt man hier runter? Ne Hier kommt man hoch Achso Warte mal gerade B Der Joystick finde ich die Was zum Beispiel B St Okay. Hä? Oh, nee, ne? Oh, Mann. Wo komm ich denn da hin? Schleiß, ich muss gleich runter. Wie komm ich denn runter? Ich danke allen, die Vorschläge für unseren neuen Produktnamen gemacht haben. Es waren viele tolle und erfinderische Namen dabei, auch einige total unangemessene. Ja, Roger, damit meine ich dich. Aber im Ernst, alle Vorschläge waren großartig. Es waren zu viele, um sie alle zu erwähnen, aber wir haben einen Gewinner. Ja, ich würde gerne mehr verraten, aber die Anwälte müssen den Namen erst noch durchwinken. Ich wollte nur schon mal allen danken und sagen, dass wir keine Vorschläge mehr benötigen. Hast du gehört, Roger? Spaß, ich zieh dich nur auf, Kumpel. Hä? Sorry. Natürlich praktisch scheiß Dreck. Scheiß Dreck, weißt du das? Die muss da irgendwo runter. Aber wie? Hä? Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt hier so rum suchen muss. Ich bin mir jetzt echt unsicher, wo ich jetzt hin muss. Ich muss jetzt runter. Das geht mit dem Aufzug nicht, oder was? Ein Service-Raum, hat er zu mir gesagt. Muss ich denn da hochklettern? Ach, leck mich doch am Arsch. Ey, leck mich doch wirklich am Arsch. Und ich hab mir doch auch am Arsch. Das geht doch. Ich hab mir ja auch am Arsch. Ich hab mir ja auch am Arsch. Wir werden nur noch mal. Wie soll ich jetzt hier sein? Ich hab mir doch auch am Arsch. So, pass auf. Pass auf. Jetzt müssen wir wieder hier in dieses Teil rein. Da war nichts, ne? Hier rein. So. Können wir jetzt hier runterspringen, oder was? Sind wir doch tot. Sorry, ne? Aber ich weiß es nicht. Ich muss jetzt ganz ehrlich. Hey, Bro. Bin jetzt beim Aufzug. Ah. Kackt ihr. Er ist weg. Warte. Wir versuchen ihn zu finden. Ja, ey. Da muss man erst mal wissen, ey. Weiter runter. Okay, alles klar. Okay, alles klar. Das hier ist eine Sackgasse. Ich komme nur mit Horatios Code in die Serverfarm. Hast du ihn gefunden? Hab sein GPS, aber er antwortet nicht. Ich patch dich rein. Die Tastenanschläge auf deinem PC sind Beweis genug, um einzufahren. Aber ich will, dass du's zugibst. Du glaubst nicht, wie gern ich dich sagen hören will, dass du's versaut hast. Hey Mann, ich will hier nicht der Böse sein, okay? Okay. Ich sag's dir ganz ehrlich, so unter uns. Was? Wie? Wie kann... Wer hört denn bitte so einen Mist? Na los, Jasmin. Wo sind sie? Ah. Was? Gott, ist das nervig. Nicht gelaufen. Da, 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 da. Finger weg, okay. Lass das einfach. Okay. Das hört von alleine auf. Okay. Vielleicht. Du weißt überhaupt nichts über mich, Mann. Was? Wolltest... Wolltest du gestehen? Gestehen? Was denn? Wir reden, wenn du auspacken willst. So, was hackt ihr? Jetzt, jetzt reicht's. Das ist der reinste Zirkus. Diese IT-Deppen müssen endlich was tun. Ja, ich bin hier im Jettlingsbüro. Habt ihr das gehört? Ja, ihr Vögel hat alles im Gebäude. Mit demselben Netz verbunden. Auch das Spielzeug. Könnt ihr abzählen, dass ihr alles verrückt spielt? Ja. Okay. Und hier ein heißer Tipp. Nicht entschuldigen. Lieber gleich von Anfang an richtig machen. Ja. Im Ernst? Ich weiß. Aha. Wirklich? Ja. 4-3-7-7-8 Jasmin, hi. Wir haben gewacht. Ich weiß. Horatio Carlin. Das sind sehr ernste Anschuldigungen, die Sie vorbringen. Wir brauchen einen sicheren Raum. Ja, die Beweise sprechen Sie nicht. Mr. Carlin, ich fürchte, ich muss Sie bitten, mir zu folgen. Ah, shit. Du hast es drauf, Horatio. Halt einfach durch. Wo ist ich denn hin? Wir haben hier alles ziemlich gut gesichert. Ach, du Scheiße. Wir haben hier alles gut gesichert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wieso muss ich denn hin? Zentral-Server finden Zentral-Server finden Okay, okay Da kommt aber einer Da kommt einer Okay Trausend Okay 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 Das Problem ist ja, wo soll das da sein jetzt? Das müssen wir jetzt suchen ohne Ende Aber ich muss leider jetzt glaube ich jetzt hier Schluss machen Jetzt haben wir natürlich alle hier gehackt Gehackt Momentchen, 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 Momentchen Da ist was Rotes gewesen gerade Fand ich Oder was Rotes Hier Hier Ähm Ja Kamera Ah, alles klar, gut Kamera Ah, nein Nein Shit, der Falsche Hm Oh, das ist ja Ich erwarte, also Oh, das ist ja Dann Das ist er. Das ist er. Okay, okay, okay. Das ist er. 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 Das ist er.